Kimmich, Lungeninfiltration, Davis, Herzmuskelentzündung, Jarstein von Hertha auch Herzmuskelentzündung und der hat sogar sechs Monate fast vom Training aussetzen müssen und war sogar im Rollstuhl. Was ist das? Was war die Ursache? Long-Covid, also die Folge der Covid-Erkrankung, Corona-Erkrankung praktisch, so kann man sagen. Und das gilt eben nicht nur für die Profis, sondern für uns Breitsportler insgesamt. Da schaut man sich die aktuellen Statistiken an, 40 Prozent berichten über Long-Covid-Probleme und davon haben 50 Prozent in den ersten sechs Monaten Muskelschmerzen und Müdigkeit und selbst nach einem Jahr berichten immer noch 20 Prozent der Sportler und Sportlerinnen über Muskelschmerzen und Müdigkeit. Also eine gravierende Problematik, die sich daraus ergibt. Und die gilt es natürlich zu beachten, für uns alle insbesondere, wie gehen wir mit dem Sport eigentlich um. Und das ist egal, ob Fußballprofi, Langläufer, Turner, Leichtathlet, alle müssen darauf achten, dass eben die Sportart doch nicht einfach mal wieder so begonnen werden kann, sondern man muss Ruhe gerade in den ersten vier Wochen unbedingt gelten lassen, unbedingt mal kontrollieren, was ist eigentlich mit meinem Ruhepuls los? Ist er immer noch erhöht? Wie fühle ich mich? Ist meine Leistungsfähigkeit reduziert? Wie ist meine Atemfrequenz, insbesondere bei höheren Belastungen? Und ist da etwas nicht ganz symptomfrei? Dann lieber ruhiger den Ball flach halten und langsam, langsam in das Training einsteigen. Und wer unsicher ist, geht zum Arzt. Sprich mit ihm darüber. Vielleicht macht man sogar eine Belastungsuntersuchung auf dem Fahrradergometer, um mal zu schauen, wie sind meine Reaktionen eigentlich unter der Belastung? Ja, was heißt das nun für uns alle, die Sport treiben wollen ja? Achtet bitte auf euch selbst. Alle haben ja irgendwelche Uhren oft dabei und schaut mal, wie ist die Leistungsfähigkeit eigentlich bezogen auf eure Herzfrequenz? Ist die normal? War es immer schon so? Dann ist es ja okay. Aber wenn ihr da unsicher seid oder wenn ihr morgens aufsteht und ihr spürt so eine gewisse Nervosität, die Herzfrequenz ist immer noch ein wenig erhöht, dann ist immer noch irgendetwas im Busch. Also lieber etwas mehr vorsichtiger sein, lieber etwas mehr kontrollieren, das ist glaube ich jetzt das Gebot der Stunde. Denn Long Covid ist wirklich keine Lappalie. Es ist letztendlich wirklich relativ ernst zu nehmen, damit ihr langfristig noch in eurem geliebten Sport auch richtig bleiben könnt.